Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft in Schlacht von Gineas in... ach geht's schon so... Schlacht von Gineas, genau so...oh, falsche Richtung einmal kurz buffen hoffen dass ein Hexer da ist kein Hexer das kann doch nicht wahr sein ich will den Stein kein Hexer so ein Mist da muss ich halt ohne Stein klarkommen ich überlege grad ich bin ganz kurz vor 89 es sind nur noch 30.000... noch nicht mal ganz 30.000 ich bin grad die ganze Zeit am äh... Haustiere fangen oder farmen da habe ich mir jetzt den Purpur den hier gefangen drei stück davon und auch einmal einen roten wie hieß der rote 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 Auf jeden Fall war das so ein Schiefern Junge, nur halt in rot. Ach ja, und den habe ich gefallen. Ich sah der kleine. Sogar zwei der, wir gehen hier runter. Okay, da geht es los und. Ah! ja das hätt ich gleich machen müssen noch mal Baffen jetzt haben die Allianz unseren Punkt eingenommen na dann mal schauen ob ich der ins Punkt kriege da laufen die er macht sie doch unsichtbar mensch naja 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 es könnte besser sein aber was solls was macht ihr die haben jetzt alle verloren alle Punkte vorne 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 auf vorne auf Und zum nächsten wieder hin. Da, dann wird wieder Heiler. Das ist super. Ach so, ich habe ein Glück gehabt, das ist irgendwie klar. so gewinnt man zum beispiel nicht komm her schneller dann probieren wir erstmal die flagge in Zeit ich kippe aber wenigstens an der flagge aber doch so 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 verlassen verlassen schon ein schlachtfeld hier so 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 Das war's für heute. ich dachte das hätte gepasst aber halt nicht wie kann das sein dass der Jäger so weit weg ist und der Affe da immer noch ist das verstehe ich nicht egal 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 so dann schauen wir mal jetzt vor jetzt mal eine flagge bekommen da sind sie schummischen schein kämpfen na Ich bin deinem Vizier Ein Schatz mit X, das war wohl nix Das ist glaube ich mein Lieblingsspruch Wenn was nicht so klappt, wie es klappen soll Obwohl, wieviel Kindes habe ich denn eigentlich schon? Einen Okay Von 5. Platz bislang Es kann ja nur noch schlechter werden Ich denke mal viel besser wird es bei mir hier jetzt und nicht heute Die Runde zieht sich ganz schön lang heute Meine Güte Waffen außerdem Und da ist einer in unserer Flagge Ist aber mal schnell hier Oh 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 Na gut Lassen wir mal verschwinden hier Verschwindigus Schauen wir mal ob da wieder ein neuer ist Einer Ein paar mehr Die spinnen doch hier Ich kann das doch nicht einnehmen What Anything Sure Amsterdam Dem helsten Sie im ... Wo Le So, das hier ist zurückgewonnen. das haben wir auch, zwei halten, was hat das jetzt? warum kann ich die nicht angreifen? sagt nicht, das ist hier wieder am laggen, sicher ist er am laggen, ach mensch, das kann doch nicht wahr sein, immer wenn wir kurz vorm gewinn sind, hacken die alleys und machen das nicht, aber egal, ich sag das einfach das machen die alleys mit absicht, weil es bei der horne leckt und die dann weiter kämpfen oh, wir brauchen hilfen ach, zu spät zu spät, zu spät alle da warum bin ich eigentlich neben meinem wasserschreiter? da kommen sie wieder alle die 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 auf die 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 So, er ist dran... und tot will ich... najaa, aber wir haben wieder zwei Vasen, das ist nicht voll witzig Ah, soll ich hier noch gehen... ging das Ding Ding... da war ein Adi... einfach nur vorbeigerannt Level Up! Ich bin 89, seht ihr, ich bin 89, jetzt ist die Schrift hier gelb... weil mir wurde gesagt, ich bin ja schon 89 Wenn die Schrift grün ist, dann bin ich hochgelevelt Gesundheit niedrig... heilen... und das nochmal heilen... so, das müsste reichen Also man erkennt immer, wenn die Schrift grün ist, ich bin hochgelevelt oder hochgestuft worden... wenn die Schrift gelb ist, ist es halt mein wichtiges Level Was haben wir da jetzt? Das sind hier so Quests, die wir machen können... ach... kann man... Schreck ins Öl beginnen... aber mach ich nicht... ne ne ne... Wir kommen... Das war aber wirklich knapp gewesen... also das war eine richtig gute Runde... finde ich... aber auch nur weil ich 89 geworden bin... So... dann soll ich mal recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt... ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid... bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen... tschüss... tschüss... So... dann gibt es eine gute Frage von einem... Aber dann wird es ein bisschen... also hier... also mit euch ein bisschen... So... dann... wir über... also mit euch ein bisschen... Vielen Dank.